Station. Brauchen mehr Officer bei Carnegie Hall. Bitte bestätigen. Yuri, ich beobachte ein Sable-Lager. Sie haben Gefangene. Aber ich weiß nicht, was ihnen vorgeworfen wird. Wir wollen ja keine Gangster freilassen. Die echten Gangster werden uns übergeben. Die Gefangenen haben nichts gemacht, wofür man sie anklagen kann. Das verstößt in mindestens zwei Punkten gegen die Verfassung. Okay, ich organisiere dann mal einen Knastausbruch. Die gehören uns praktisch. Wissen die irgendwas, was uns nützt? Negativ. Aber sicherheitshalber checken wir ihre Handys. Brauchen wir kein Durchsuchungsverfehl? Nicht, wenn sie zustimmen. Verstanden. Und wenn sie nach Hause wollen, stimmen sie uns auch zu. Überprüfe Sektor. Alles ruhig. Spider-Man ist hier. Auf Ziel ist hier. Bleibt in Alarmbereitschaft. Spannende. Was war das? Spannende. 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 Was war das? Hier ist vielleicht was, Zentrale. Ich versuche, er darf nicht entkommen. Verdammt! Verdammt! ARD Text im Auftrag von Funk Alle runter! Er drückt sich in die Luft! Das hat er sicher gespürt! Okay! Wollt ihn euch! Wollt ihn euch! Wollt ihn euch! Wollt ihn dranbleiben! Wollt ihn dranbleiben! Da sind noch mehr! Wisst ihr, es würde noch viel mehr Spaß machen, wenn ihr Piu-Piu machen würdet! Wollt ihn euch! Verbrennen! Es sind verbunden! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir brauchen Verstärkung. Ihr habt es ungewollt. Ihr seid hartnäckig, Leute. Was zahlt man euch hierfür? Ich frag für einen Freund. Spiderman, ich hab recherchiert. Die Gefangenen haben nur gegen Sables brutales Vorgehen protestiert. Verstanden. Dagegen protestiere ich jetzt auch. Ich sag dir Bescheid, wie es läuft. Hey, ihr macht das doch für Geld, oder? Wie viel muss ich zahlen? Und sagt bloß nicht mehr als 20! Die Verstärkung! Los! Verdammt, Landverwundet! Nachschub! Habt ihr Jungs das Gefühl, durch eure Helme wird das unkersönlicher? Ich meine, Topf, Deckel, ich weiß schon! Oh, was? Was ist die erste Laufzeit? Der Tank, wir brauchen Verstärkung! Werte, Grönhörte! Nicht lockerlassen! Mal im Ernst, was hattet ihr denn erwartet? Danke, Spider-Man! Käpt'n, die Gegend ist sicher und die Zellen leer. Offiziell ist das inakzeptabel. Inoffiziell? Danke. Danke.